Bärchen. Schatzi, ich kann nicht aufmachen. Schatzi, du weißt warum. Bärchen, du weißt es. Doch, und du kannst es selber ändern. Ich gucke auch nicht hin. Ich gucke auch nicht hin, Schatz. Schatzi, bitte geh einfach kacken. Ich gucke auch nicht zu. Mäu. Rosa, schmolzt du jetzt mit mir? Du bist böse auf mich, oder? Und deswegen redest du nicht mehr mit mir? Schatz, es tut mir total leid. Aber du weißt, warum ich dich nicht rauslassen kann. Gibt es denn irgendwas, was ich tun kann, damit du nicht mehr böse auf mich bist? Irgendwas, damit du wieder mit mir redest? Nichts? Gar nichts? Bist du sicher? Nicht mal das hier? Bist du denn nicht mehr böse mit mir, wenn ich dir das gebe? Sicher? Dann redest du wieder mit mir? Okay, vorsichtig. Okay, vorsichtig. Es gehtaver. Bist du für guter Tag? Bist du höfst? Bist du ja zuletzt. Ja, das nervös. Vielen Dank.